Hi Leute, jetzt wieder eine Neuheit, die Kolpo Thunder von Geisha, auch eine Neuheit 2017. So sehen sie aus. Die Neuheit, die Kolpo Thunder von Geisha, auch eine Neuheit. Die Neuheit, die Kolpo Thunder von Geisha, auch eine Neuheit. Die Neuheit, die Kolpo Thunder von Geisha, auch eine Neuheit. Die Neuheit, die Kolpo Thunder von Geisha. Die Neuheit, die Kolpo Thunder von Geisha. Die Kolpo Thunder von Geisha.